Die Ghostbusters No kidding. It's just a hobby now. Close until further notice by the Paranormal Contracts Oversight Commission. Peacock. Entrance into this establishment is strictly forbidden and is punishable by fine and imprisonment. What now? Hmm. This notice is for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Alright, heat them up. We'll melt our way in. Wait. I have a better idea. Good thinking. Hmm. This is disappointing. No. Disappointing is the Jets losing in the last two minutes. Not being covered in slime by phantom ghouls out to kill us doesn't exactly make me reach for a hanky. Why be shut down? You guys didn't bang the place up that bad last time you were here. If this place is a mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody's- And smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered vases. Probably some minor structural damage. Thanks, Egon. My point being that there's more to worry about here than some minor cosmetic issues. Definitely a mandala node. If we don't shut down Shandor's mandala soon, most of Manhattan will become as vacant as this. Not to mention also becoming a bastion of absolute mind-numbing horror for centuries to come. Hey, I definitely don't lay out two grand a month for a 600 square foot walk up to live in a bastion. Let's get to work. Okay, find ja die Mandala-Knoten des Hotels. Na dann mach ma das. Schieß ma da mal dagegen. Oh, okay. Oh ja. Krieg ich eh Geld dafür. Ja, aber das funktioniert nicht immer. So. Es ist ein Ambush! Schau sie heiß! Warte einen Moment, warte. Ich glaube nicht, sie sind eine Frag. Sie können nur Residual-Hartungen sein. Ich denke, Ray ist richtig. Sie haben nicht ganz in diese Dimension. Es gibt psychokinettische Echos. Ghosts of Ghosts. Completely harmlos. Great. Ich hoffte, einen freundlichen Ghost zu treffen. Aber ich werde für harmlos zu treffen. Eine stehende Hose. Elissa sagte, sie wurde auf den 12. Platz. Let's starten da. Jetzt sind wir wieder zurück im Hotel. Sie wollen es, glaube ich, gerade renovieren. Oder sowas in der Art. Was? 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 Hörst du was? Über da! Komm! Ich denke, wir sind mit einem Level-5-Ankern-Ambusher. Sei vorsichtig. Es ging in die Stärke. Wir haben einen Körner. Hilfe! Hilfe! Das ist nur so, wie ein Level-5-Ankern-Ambusher dich inlässt! Suche den neuen Geist, okay? Ja, jetzt ist die Türe offen. Und wieder eine Katzin. Boom. Der Manager? Was machst du hier? Die... Monster... ... überall. Es war eine andere Sprache. Eine Frau sprach. Ist du allein hier? Schau, ich habe gerade gesagt, Ghosts und Monster überall. Soll das, wie ich allein bin? Er hat gesagt, Menschen. Dann, ja. Ich denke, so. Ich glaube, das erklärt es. Herr, es gibt keine Chance dafür. Es sind nur Schäden. Echos von wirklichen Ghosts. Sie können dich nicht schmerzen. Komm mit uns, Herr. Wir können dich zur Sicherheit führen. Wieder raus, oder was? Ich habe gedacht, wir gehen die Treppen rauf. Burschen. Die Treppe rauf, oder? Schon wieder eine Katzin. Erinnert ein bisschen an Shining. An die Szene, wo... Jack Nicholson in der Basis und sich betrinkt. Mein Gott! Someone you know? I... Don't know. Most of the old staff knows the story of the Spider Witch. A professional widow who did unimaginable things in a room on the 12th floor back in the 1920s. What are you still doing here? Why didn't you evacuate with everyone else? I came back last night to retrieve some payroll records, but the hotel won't let me out. The doors shut on me. And the phones are down, too. That means we're trapped now, too. And we have to hope that Peter figures out we're missing. There goes a weekend. Not necessarily. The 12th floor is apparently the core of this node. If we can get the power back on, we can take the elevators. If the elevators don't eat us. Yes, if the elevators don't eat us. Where are the circuit breakers for this place? We don't have a lot of time. Breakers. In my office. But the city came and turned off most of our power after the electrical fire on the 3rd floor. There's no way to turn it back on from here. That's inconvenient. We've got to find some way to get the elevators moving. There's a backup generator in the utility room off the kitchen. Okay. Perfect. Let's give it a try. To the kitchen. Okay. Okay. Ich geh mit dir mit. Führ mich zum Notstromaggregator. Los geht's. Boom. Ich nehm mal an da rein, oder? Oh, 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 oh. That's good. Keep working. On the right. Hey, watch it. They're bringing some thunder. Yow. Back to the other side. Big, okay, bust. Look out, on your left. Whoa, 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 whoa. You got a mean streak, Rook. Booyah! I guess some of them apparently fulminate to this plane that doesn't seem like they're happy. Right. Now, let's find that backup generator. The kitchen. Is it through here? Yes, just down the hall. Okay. Alles okay, madame. Interagieren. Da können wir aufmachen. PKI-Meter. Okay, da gibt's irgendwo wieder ein Ding. Ein Artefakt. Oh, da fliegt alles. I know I've said this before, but be careful. I don't think we're alone. Da ist er. Okay, den kann ich nicht. Den kann ich nur nehmen. So, und hier ist das Artefakt. Perfekt. Hammer. So, gehen wir weiter pushen. Komm, komm, komm. Bis jetzt waren nur Cutscenes. Lauter Schleim, da. Ich denke, das ist weg. Ich denke, das ist weg. Ich glaube, das ist weg. Ich habe das alles gemacht, als du schlaßt. Ich habe das alles gemacht, als du schlaßt. Nein, das ist viel schlimmer als die Leiterung. Das ist das Werk von etwas großem. Wenn du sagst großem, du meinst, großem, großem? Mhm. Lauter Schleim, da. Vielleicht sogar größer. Das klingt groß. Der Manager sagte, da gab es ein Generator-Rumme rundherum. Schau eine Tür. Schau ein Blick auf eine Seite. Schau. Der Cadet hat den Erwanderungsgenerator gefunden. Schau eine Schleimung oder etwas, Schau. Da unten ist er. Zumindest der Aggregator, den wir suchen. Oder Generator. Was habe ich gesagt? Wahrscheinlich das da. Oh. Das da. Oh. Da ist was. Das leuchtet. Das ist eine gute Musik. Ich würde nicht auf das Wasser gehen. Das klingt wie eine excellente Reckung. Sieht aus, dass das Kraftkabel all die Probleme hat. Dann raus aus dem Wasser. Ich weiß das, Mark. Wir sind hier wie Rats, bis die Kabel raus aus dem Wasser zu lassen. Wie geht es um ein Schleimschnapper? Schau. Komm schon, Kind. Ja, ja, ja. Es sollte funktionieren. Unless etwas... Never mind. Let's get back to the lobby. Gute Idee war das Ray. So. Jetzt haben wir wieder... Licht hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann gehen wir es an, oder? Komm schon! Schau, es ist der Latechiff! Und los geht's. Ja, aber das ist nur die Hilfe. Wo ist der Boss? Ich kann nicht mehr sagen, dass ich mich verletzt habe. Ich weiß diesen Mann. Es ist der Massepfeiner. Chef de Forest. Also, niemand hat nichts in hier. Selbst wenn du richtig verletzt hast. Ich muss meine eigene Klinge schlagen, Ray. Aber das geht auch nicht. Boah. Oh, 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 oh. Da ist er. Uh, der haltet mehr aus. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Und meinen Pfeilen. Ach, geh. Okay, gut, die kämpfen da weiter. Boah. Hab voll den... Wie heißt das? Okay, ich hab einen. Falle raus. Nein. Nicht viel länger. Hilf mich! Wir nehmen zuerst die Falle mit. Und alle meine drei Typen sind down. Ich leb noch, Gott sei Dank. So, ich komm schon, Igen. Schau auf, auf der Seite. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Ich hab dich nicht von mir. Sehr gut. Einer ist mal weg. Falle nehmen. Ich bin auf deinem Team. Mehr als ich erwartet habe. Du sollst in die Falle da rein. Sehr gut. Das ist aber nicht meine Falle. Gut. Crossing die Stränge ist technisch eine feierbare Offenheit. Oh, ja. Schau auf. Es schlägt. Schau auf. Schau auf. Ah, da ist noch so eins. Es ist klar, dass sie immer wieder nachkommen. Komm, ich sehe dich. Du hast es geschafft. Halt ihn jetzt. Oh, großartig. Ein gesamtes Messer. So, komm her da. In die Falle rein. Sehr gut. So, da hinten geht's weiter. Ich bin schon unterwegs zu euch. Ah, auf wen schießt ihr da? Ah, da ist er. Oh nein. Keine Strecke. Das ist es. Komm schon, komm schon. Ah. Durch die Lappen gegangen. Da ist er. Da ist er. Ach Gott. Zu der Reise. Nicht zuhören. Schau auf. Vor dir. Oh nein. So, ich habe ihn. Falle raus. Sehr gut. Die Küche ist sauber. Wir müssen zurück zu den Aufzügen. Und jetzt können wir wahrscheinlich rauf fahren in den 12. Stock. Oder ich glaube 12. Oder ich glaube 12. Da haben sie gesagt. Da gibt's eh nix. So, interagieren. Boom. So, wir sind wieder da. So, wir sind wieder da. Ah, 13. Was? Achso, er hat keine 13. Etage. Der Mann hat einen starken Argument. Wir werden die Unterschiede verletzen. Egon, du und der Tenderfoot gehen auf den 12. Stock. Winston und ich werden den 14. Herr, wenn Sie bitte mit uns kommen. Okay, aber stehe in Kontakt. Dieses Ort ist unglaublich gefährlich. Ist da hinten irgendwo. Es ist da drinnen. Da kann man interagieren. Leihwand. Und da ist ja schon. Verfluchtes Objekt. Okay, passt. Dann haben wir das Artefakt auch noch gefunden. Würde mich interessieren, wo was sich die Artefakte bringen. Nämlich. Ich habe mir gedacht, Artefakte bringen sich dazu, dass wir hier mehr zum Erforschen haben. Ja, den ist aber nicht so. Ja, das Wichtigste habe ich eh schon. Wie viel haben wir denn? Das nehmen wir uns. Das nehmen wir uns. Und passt schon. So, wo waren die Aufzüge? Da hinten, gell? Da hinten steht ja eh schon. So. Hey, schau es! So, ich geh gleich mal als erstes rein. No smoking. Ha, ha, ha. Na, kommt rein. Okay, ich fahr mit Egan anscheinend. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Karte hin, oder? Ja. Ja. Okay. Think of the Mandala as a city bus line. At the bus station, ghosts, or waiting passengers, are drawn into the system here and trapped. This concentrates their PK energy, which is then eventually forced through to the next node, or station, and so on until it all ends at a final terminus. At each successive bus station, the station manager absorbs some of the energy. This makes the station manager, or node guardian, stronger so that it can keep the ghosts in line and destroy anyone who comes to the station to interfere with the flow. These nodes, or bus stations, gather the power used to feed a central point, thus creating a much bigger threat to our world. Does that make more sense now? T-T-T-T-C, totally trapped transit company. Yeah, you were going strong right up until the passengers got trapped inside the bus station. When is my performance review again? I deserve more stock options. I say, young king, you are full of surprises. After you, my view. Well, that was terrifying. Be extremely careful. This is likely to be a point of dangerous concentration. This is a point of view. This is a point of view. It's coming from everywhere and nowhere. It's possible to get a significant fix. Ray, come in. Are you there? Egon, what happened? We lost you for a minute there. They had a close contact. I've got some more information on the Spider witch ghost. Okay, here's another one. But the bodies were hung from the ceiling. They were drained of blood and dragged around. He says, the victims were found in a pretty bad state. The walls were painted in blood. The furniture was painted too. And the room was painted in the corner, like a giant nest. She seems to have vandalized the room badly too. Hmm. I don't want to be hung from a ceiling and drained of blood. I'll tell you this much. I do not want to be found in a bad state or vandalized. I think that sentiment is unanimous. Okay. 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 Let's keep moving. Okay. Ich bin schon da. Machst du auf? Hey, cool liegen. Ray, komm in. Yeah. What's up? What was the Spider witch's room number? 1221. After her spree, it was locked up. Until about 5 years ago, when we remodeled. Hear that? Room 1221. I think that... Hey! Er álte Fader. Das machma im nächsten Part. Bleibt das wenigstens spannend für euch. Mir weiter hinzusuchehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Tschüss Baba! Euer Herzfehler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017